Schönen guten Tag meine Freunde auf MabrikTV zu einem neuen Unboxing Video und zwar heute Capri-Sonne, aber die etwas größere Version, wie ihr hier erkennen könnt, da haben wir schon das gute Stückchen, hier mal mit einem leichten Zoom, Capri-Sonne, Kirche und Granat, Apfel, in groß, ja, was erwartet uns hier? Also, wie gesagt, Capri-Sonne in groß, Milliliter 330, wie eine Cola-Büchse, Oldschool-mäßig, Cherry und Pomegranate Capri-Sonne und an der Pockung, was mir noch auf die Schnelle aufgefallen ist, für alle Rapper, bei denen es nicht so läuft, die aber auf Weltturnier gehen wollen, Ihr könnt hier Flixbus, ne, ihr könnt, ich glaube, das ist nur ein 3-Euro-Gutschein-Zuschlag, also wenn die Berliner Rapper nach Potsdam wollen, für 4,50, brauchen sie nur 1,50 Zahlen, wenn sie den Gutschein hier einlösen. Ah, ich mach das mal groß, ich schenke euch den, ja, kann einen Rapper gleich mal hier Profit schlagen, ist das richtig zu erkennen? Hier, haut rein, meine Freunde, ja, jetzt kommen wir jetzt schnell hier zu dem, ich sehe, die Batterie ist gerade schwach, werden wir ein gutes Produkt mal testen. Hier ist so ein Würfelchen, was die, guck mal, richtig Killer für die Finger, hier am besten festhalten und Krasül durchsehen und da haben wir so einen Hals, so einen Hals, ja, das ist ein bisschen Flüssigkeit von der Capri-Sonne jetzt verloren gegangen. Und ich werde jetzt mal einen kräftigen Schluck nehmen, ich muss sagen, fantastisch. Kirche und Granatapfel, das ist auch mein Ding, Sherby und Promegranate, schmeckt wirklich gut und in der 33er, 330ml Packung, habt ihr mehr Spaß dran, ja, weil die kleinen Capri-Sonne, die haut man weg, da muss man, da ist man mehr mit dem Strohhalm beschäftigt, mit dem reinstecken, bei 3-4 Stück, als mit dem trinken. Und hier holt ihr euch zwei so eine, so eine Granaten hier, die wirklich gut in der Hand auch liegen, durch diese Wülbungen hier und wirklich schmeckt fantastisch, die Menge stimmt jetzt auch, der Geschmack, hier stimmt bei diesem Produkt, stimmt wirklich alles, lohnt sich. Sehr, feiere ich 79 oder 89 Cent. Kostet eine, ist natürlich ein bisschen teurer als Kleinformat, aber testet es aus, meine Freunde. In diesem Sinne, euer Maverick auf MaverickTV und die nächsten Unboxings werden folgen. Und sorry, dass ich euch auf jeden Fall die letzte Zeit so ohne Unboxings gelassen habe, meine treuen Unboxing-Zuschauer. Peace out da, meine Freunde. Und schön abonnieren und den Nachbarn zeigen. MaverickTV muss wachsen, meine Freunde. Peace out da. 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 Peace out da.